Ja, liebe Mascher, die Vorbereitungen zum Bodyglides, dem nördlichsten Schlittenhunderrennen, laufen bereits auf Hochtouren. Aber was ist das schönste Schlittenhunderrennen ohne euch und vor allem ohne eure schnellen Hunde? Also, wir brauchen euch. Meldet euch jetzt an unter bodyglides.de. Im Menü findet ihr unsere Rennausschreibung mit allen Informationen. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sein werden, das Rennen findet hier am Strand statt und startet an der Seebürke in Heringsdorf, wo auch unser großer Mascherplatz ist. Und dann geht es hier über den Stand, über drei Kilometer bis hin zur historischen Seebrücke hier in Aalbeck, die ihr sicherlich alle kennt. Und hier ist dann auch der Wendepunkt und dann geht es wieder zurück. Wir erwarten hier über 50.000 Zuschauer an der Rennstrecke und natürlich auch wieder im nächsten Jahr viele prominente Starter, die zugunsten der Welthungerhilfe mit euren Gespannen dann hier an den Start gehen. Also, wir brauchen euch. Wir freuen uns auf euch. Meldet euch jetzt an. Bis dahin. Gutmarsch. Tschüss.